eigentlich würde ich gerne mal aussteigen und ihnen das Auto klauen aber das kann man hier leider glaube ich nicht wow was war das denn gerade alter das war ja krass tschüss man sieht sich in fahren kann ich eigentlich ganz gut gut dass mein Bro nicht hier ist sonst hätte was weiß ich wieder was gesagt man kann ja auch nicht zurück gucken zurückblicken kann man hier gar nicht das ist ein bisschen ja gut aber nachher ich weiß ja nicht nachher kriegt man auch andere Autos ist ja nicht das Problem und ich will hier nicht cheaten es gibt ja mehrere Cheats auch für PC auch für Autos und für Autos gibt es Cheat für Waffen und für was noch weiß ich gar nicht zumindest nicht mehr aber das habe ich ewig nicht mehr gezockt und ich will hier gerade weil es ein Display ist das will ich hier ohne Cheats machen also das ne ja super ich weiß auch gar nicht wie man die Special Autos freischalten kann zum Beispiel die Rennwagen das weiß ich nicht müsste ich mir nochmal schlau machen Alter was hat denn für Vorsprung Alter ich sollte mal öfters quatschen einfach ist ja wohl und das mit der Schrottkarre das mit der Schrottkarre hier ey Alter mein gut ist auf leicht aber ne das äh ich fahre hier gegen getunete Autos so habt ihr ja gesehen das ist äh das ist ja umfassbar Alter zieht euch mal den Vorsprung rein wie doll quatsch yeah speichert so jetzt kann ich meinen Andeck mal wieder reparieren und dann würde ich vielleicht nochmal ein Rennen machen eventuell zack kann ich ihn reparieren ich hab 600 das war 100 ja gut man darf hier echt nicht viele Umfälle machen jetzt machen wir mal eine Mission so achso hehehe ja das zum Thema Mission machen ähm nein hallo wo krieg ich mal die Karte da so äh das sagt man beim Kellner auch immer hallo krieg ich mal die Karte wie ist sie na gut weil die meisten liegen ja schon Karten aber ja muss man beim Kellner sagen wenn du äh mehrere Karten auf dem Tisch liegen hast also Speisekarten würde ich zum Kellner sagen hallo Kellner der Vater der Vater hier liegen mehrere Karten wollen wir Karte spielen aha weißt du das ist müsste man wirklich mal machen wäre echt lustig wäre eine lustige Idee auf jeden Fall Bizarre Ray das kennen wir Straßenrennen Geld high schwer nee Geld high leicht T geht das jetzt wie sagt sich das jetzt schon wieder geändert das ich äh alter Jersey Hans Point Bizarre Ray Straßenrennen leicht Geld high schwer Geld high leicht so wo ist denn das ich kann die Karte ja nicht sehen das ist echt behindert so weiß ich gar nicht wo ich hin muss kann ich sehen wo ich hin muss nee ach leicht mich kotzt sowas an Leute gleich wieder zwei Health weg ich darf das Auto nicht riskieren Anni müsste ich ja ein anderes nehmen wäre eigentlich besser viel besser ist hier vielleicht eins an der Seite was ich vielleicht nehmen könnte weil der holt es ja ab der holt es ja ab das Auto geht mir das einfach mal weil da muss ich aufpassen da will ich mit Rennen fahren und so wie der schon wieder aussieht alter ist ja unfassbar dann fahre ich eben hier so rum mit boah alter wird zu laggen chill dein Leben spiel eee alter wie ich das auch sag gerade mit dem Passanten alter halt bleib stehen so ja halt bleib stehen das ist ein Rammstein Text oder ein Textauszug von dem Lied halt von ähm wie bist du alle da das war mal die Werbung das war es mir egal so bevor wir das machen will ich mal was trinken so ein Typ verwechselt mich mit einem Wohlfahrtsverein besorg mir mein Geld falls er nicht mitspielt musst du dir was ein ich hab was vergessen ne wenn man die Kopfhörer nicht anschließt dann ist es scheiße was zu hören geht das jetzt fallen lassen jetzt geht's ähm fallen lassen was fallen lassen ähm was muss ich denn jetzt machen gerade 2,45 für was hab ich denn 2,45 für was denn wo muss ich denn hin ich kann dann nicht auf der Karte gucken ok jetzt kann er mal wieder alles in die Fresse kriegen weil boah der ist es ja gewöhnt alles in die Fresse zu kriegen einfach muss ich ihn jetzt muss ich ihn jetzt zwingen dass er zahlt oder so scheiße da fand überall da fand überall Bullen rum egal die Bullse ist so bescheuert aber gut gut für mich muss ich ihn beschießen oder was ich weiß es nicht ich hab da nicht zugehört vorhin ach verschrotten ok ähm ich hab da nicht zugehört ich hab da nicht zugehört nehm das verdammte Geld und lass mich gehen Ich muss weg, tschüss. So, das habe ich schon mal erledigt. Muss man auch die Bullen entkommen hier. Umgeblich fahren ist auch schlecht. Schlechte Idee. Ich kann auch nicht mal das Auto wechseln gerade, weil die sehen ein ja. Da bräuchte man schon getönte Scheiben, damit man dann zuverlässig entkommen kann. Und ja, ich schaff das doch so, kein Problem, kein Problem alter. Gute Arbeit, da wären noch mehr Aufträge, wenn du willst. Ich hasse das, indem man nicht mit T umziehen kann. Und dann könnte ich zum Hans pointen. Sonst ging das. Jetzt geht das nicht mehr. Es ist auch blöd. Ich weiß nicht, wo mir das zusammenhängt. Aber wir sehen die normale Straßen, Hans point. Laguardia. Ich kenne mich da auch nicht aus. Wenn ich jetzt in Vice City würde ich genau wissen, wo ich hin muss. Dann brauche ich auch keine Karte. Kannst du auch mal einsteigen, bitte. Warte mal, ich nehme mir ein anderes Auto. Ist zwar die gleiche Farbe und das gleiche Auto, aber pfff. Warum sie das denn nicht erkennen wollen, weiß ich auch nicht. Ich drehe gerade um, weil da Bullen sind. Und ich kriege die dann auch abgeschüttelt, wenn es nicht so weit kommt. Wenn es nicht so weit kommt, dass sie gleich so weit kommen. Glaub mal. Ah, scheiße. Verdammt. Na? Nee, doch nicht. Aber ich muss ihnen Bullen ausweichen. Ich muss ihnen Bullen ausweichen. Das ist blöd da dran. Halt! Wenn ich schon mit fremden Autos fahre, das setze ich mir auch mal in die Garage. Weil das Ding ist geil. Das Ding ist der Hammer. Da taue ich mir doch gerne in die Garage, wenn ich mal ein schnelles Auto brauche. Pfff. Vor allem sieht das doch extrem geil aus. Warum nicht? Kann man doch machen. 30. So. Na der sieht doch super aus. Auf jeden Fall. Einlagern. Wie geil. 900. Damit fahre ich dann auch Rennen. Nachher. Außer später. Ich mache eine kleine Aufmerpause. Und dann komme ich gleich wieder. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Ah. Speichert. Damit mache ich das Rennen, Alter. Ganz ehrlich. So. 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 immer die Autos richten sich nach der Leistung. Bei dem Auto was man selber hat. Was machen die denn da? Haben die ja gerade Autopoppen gemacht? Wie ekelhaft. Slender im Sportwagen gerade. Das ist Sportwagen Slender gerade. Wow. Der hat auch eine gute Lenkung finde ich. Damit kann man gut Rennen fahren. Auf jeden Fall. Na gut. Ist auch ein Sportwagen. Aber. Kann man alles machen. Wow. Der ist gut. Der Wagen ist gut. Der ist super. Gerade in die Kurven. Der hat eine echt gute Kurvenlage. Auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Wow. Ah. Der driftet schnell. Wow. Mörse. So. 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 Letzte Runde. Alter. Was für Vorsprung ich schon wieder habe. Alter. Das ist ja Wahnsinn. Zieht euch mal rein. Wie doll. Geil. Das. Was. Das war. Ist es mühlerslos. Das Fahren ist es mühlerslos. Juhu. Wow. Alter, der fährt so geil. Der fährt sich so geil. Alter, da werde ich in Zukunft immer Rennen mitfahren. Auf jeden Fall. Das wird mein Rennwagen quasi. Das ist super, dass ich den gefunden habe. Eine gute Investition. So. Komm später wieder. Warte mal. Ich muss mir noch ein Bier aufmachen gerade. Warte mal. Ja. Ihhh. Sorry, ich muss mir mal gerade meine Hand abtrocknen. Alter, bar. Ah, meine Hose. Ich habe meine Hose voll getroppt, dass sie ausser sich eingenässt. Nein, das werde ich jetzt nicht in die Kamera zeigen. Das wäre zwar lustig, aber nur für euch. Für mich nicht. Alter, jetzt kann ich... Prost. Habe ich hier noch andere Wagen, die ich benutzen könnte? Nee. Immer eine geile Karre, Leute. Alter. Und kein Kratzer bei dem Rennen. Ja. Naja. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Zack. Einer dann. Genau. Der sieht zwar ein bisschen hässlich aus, aber... Was soll's? Was soll's, ne? Oh, ich stehe da noch so einer. Ist das ein anderer? Nee, ist der gleiche im Blau. Schade. Wo geht's hier eigentlich hin? Ach, hier geht's zur Rennstrecke. Wie viel Geld habe ich schon? Mir fehlen wirklich ein hundert Naja. Muss ich durch? Muss ich mit Leben? Mh... Bezahl Ray. Kennen wir. Leicht. Machen wir nochmal eine Geldheim-Mission. Und dann geht das. So. Alter, die Karre, ne? Alter. Da ist schon wieder so einer. So ein... So ein richtig Fickenschlitzer. Kennt ihr eigentlich Kentucky schreit ficken? Ähm... Hab ich auf DVD Gast damals bei RTL Samstag Nacht und hab ich immer gefeiert ohne Ende. Deswegen sag ich Fickenschlitzer, weißt du? Der Scherz, der wurde ja da auch gebracht. Ja, warum ich gerade so ruhig war, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oha... So. Ab durch die Seiten... Ihh... Der hat gerade den Karton an... Der hat gerade den Karton vom Amazon in die Fresse gekriegt. Alter. Das muss doch wehtun. So ein Typ verwechselt mich mit einem Wohlfahrtsverein. Besorg mir mein Geld. Falls er nicht mitspielt, musst du dir was einfallen lassen. Ich hab aber eine Knarre, ne? Das wird kein Problem sein. Scheiße, um holen wir jetzt. Ja, scheiß drauf. Ich hab zu tun. Ich hab zu tun gerade. Halt! Komm schon, wir brauchen nur noch zwei Tage. Okay, noch einen Tag. Nehm mir das verdammte Geld und lass mich gehen! Kann ich auch mal rein, na? Ehh, was war... Was war das denn für ein Bug? Hört auf zum Ball an! Ist ja gut! Ich hab nicht mal... Ich hab nicht mal kugelsichere Reifen oder so. Ist ja richtig blöd. Halt mir nah dran, das ist gut. Ja! Alter, wie geil! Wie leicht war das denn gerade? Das ist ja toll. Da wären noch mehr Aufträge, wenn du willst. Alter, wie sieht das Auto aus? Ehh, wie... Alter, der... Ach... Halt, 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 halt! Ich nehm mir ein anderes Auto. So! Dann geht mal in die nicht vorhandene Karte. Ehh, warte mal. Straßenrennen, Hans point, nein. Was? Rennstrecke? Nein. Ja! So! So! Und man kann ja auch gar nicht langsam fahren, weil die einen sofort erkennen würden, wenn die an einem vorbeifahren. Das ist echt blöd. Wow. Also hier schnell fahren, ne? Das ist gelitten. Aber ich bin ja gar nicht da. Ist doch kein Problem. Großverfalls habe ich wieder 100 Health, obwohl ich da so ein bisschen gebraucht habe. Gerade. Na gut, 98. Hui. Aua. Na gut, 96. Meine Herren. Den habe ich ja schon, ne? Bist du das, sagt er... Nein, will ich nicht. Garage verlassen. Er speichert. Okay. Dann machen wir das ja noch. Bezahlen ihn und dann... Eeeh. Danke, Mann. Das ist echt cool von dir. Übrigens, du hast Slink gerade verpasst. Er meldet sich wieder bei dir. Eeeh. Wie ekelhaft. Wie ekelhaft. Könnte noch ein bisschen dauern, weil... Ja, ich kann ja die Karte nicht gucken. Kann ja nicht gucken, wo was ist. Wegen dem Bug. Heute, wartet mal. Ich werde mal gucken, wie man den Bug beheben kann mit der Karte. Bis gleich. Byeee. Off. Bist duxa. Bist duxa. meta kirsteine. Bis dann zur� simplen. Benklauhe. exception ist mich. Bist dux ver. Karte. Dimdir electrical. onze chicken.